wir werden angegriffen wir werden ordentlich angegriffen gerade die kommen jetzt sogar mit belagerungsgeräten und da poked mich irgendein gegner der will mich hier einfach nur ärgern unsere gelehrten haben eine neue technologie entwickelt der typ ist aber weg gut die haben hier mal drauf geballert wir werden angegriffen und hier läuft einfach einer durch was für ein großartiges wetter ok was ist verstanden dafür haben sie ihre ganzen müssen eingesetzt prinzipiell das wird jetzt kein thema darstellen heile verfügbar verstärkte wachtürme unsere gelehrten haben eine neue technologie entwickelt dort oben greifen sie jetzt auch an ok dann alle nach oben es wird blutig ok hier brauche ich ähm elfische druiden wintermagie noch mehr elfische druiden ja davon könne ich mir einige gönnen paar wanderer wann man hatte ich nicht sie würde reichweite ich kann jetzt nicht aufpassen wir werden angegriffen reparieren und upgraden worum geht's nicht zu weit vor dort unten greifen sie jetzt wieder an halt dort unten kann ich auch mit den truppen dazwischen wir werden angegriffen dort unten greifen sie mich jetzt auch an an allen fronten greifen sie wohl jetzt an dort unten kommen wieder die bestien bau abgeschlossen macht euch bereit sie hat was gewittert ok damit habe ich wenigstens einen kleinen angriffstrupp der wachtturm hält zwar nicht aus aber immerhin schafft er es genügend zeit mir zu verschaffen ich werde schneller in der zwischenzeit ja genau ich brauche mehr truppen weiter fleißig lenya produzieren und auch die orte upgraden ich stelle noch mehr arbeiter zur verfügung aber erhöht nicht das bevölkerungslimit das erhöht das bevölkerungslimit aber dann habe ich keine arbeiter hier nahrung habe ich jetzt genug mhm das überlebt ja wir werden angegriffen ok ich brauche so langsam eine armee was ist hier los warum kriege ich nichts also geht auch an lenya wahrscheinlich lenya wird so langsam hergetragen gut dass der tot ist gut dass der tot ist ok diese seite ist grässlich ich ich mache gegen kavallerie naja davon können wir ein paar machen äh was ist das problem es fehlt was oder ist es zu viel da äh was ist das problem es fehlt was oder ist es zu viel da ich bin bereit dann würde ich sagen greifen wir an weil nur so können wir sowohl unser einheit limit steigern oh verstärkter wachtum hat bloß weh hat weniger truppen drinnen ganz ruhig kleine dann angriff wir können gerade keine truppen mehr machen weil sie werden fallen schneiden den weg ab dürfen nicht an uns vorbeikommen wir werden jetzt einfach dieses gebiet einnehmen nein das ist noch kein gegnerisches für die königin ich habe gar keine gar nicht die grenze irgendwo gesehen dann heißt es jetzt raping rapen für das licht macht sie platt guter plan genau verschwindet hier bloß alles klar ein moment das ist unser gebiet oh hier wird jetzt gekämpft der außenposten wurde errichtet unsere grenzen haben sich erweitert angriff ach deswegen habe ich die punkte verloren weil die gegner sie eingenommen haben da habe ich die gottsteine verloren das war das was aufgeblinkt ist was ich mal kurz gesehen habe ja da habe ich schon sowas befürchtet für nordhander boah der damage die machen der mensch merkt mit dem katapult es macht nämlich damage gut dieses gebiet brauche ich nicht weiter belagern wir werden angegriffen so den sperrposten direkt aus sicher doch sie werden fallen warum greift mich die natur an das will ich die ganze zeit schon herausfinden hier haben die auch einen posten neutralisieren verstanden wobei der ist auch versorgt die kämpfer anscheinend auch gegen die natur an der stelle herr schon lange nichts mehr von ihr gehört gute idee mehr sektoren mehr kontrolle ja aber was ist mit bevölkerungs limit warum kriege ich nicht da mehr oder habe ich da schon mehr und ich habe es nicht mitbekommen oh da sind sie umgefallen der außenposten wurde errichtet unsere grenzen haben sich erweitert wir zerstören jetzt deren ah die werden wirklich auch angegriffen macht euch bereit bau abgeschlossen das anscheinend der druide da der typ halt hier der macht das glaube ich wof haben die viele türme hier katapulte werden bau abgeschlossen grenz posten ein moment der außenposten wurde errichtet unsere grenzen haben sich erweitert nach oben wieder zurück meine freunde ach die müssen hier schon wieder die leute schlitzen oh das ist eine grenzfestung ja dann lohnt es sich hier schon fast die leute zu schlitzen killt die katapulte dafür seid ihr gut geeignet wie viele katapulte die machen da war wohl jemand unartig der dämon war ok ja noch ein held wenn ich helden besiegen kann das ist gut helden kriegen auf die fresse kreise und dann ist katapulte es wird blutig ja wir sollten die türme zerstören die stören nur unnötig meine kreise na dann na dann jetzt sind sie ein bisschen aufgeteilt das gefällt mich naja ich muss dazu sagen ich habe genügend in der pipeline ich weiß nicht mehr wo die ganzen leute sind wo da war irgendwo ein begabter eiserne den ich besiegt habe noch dazu das war dann glaube ich hier irgendwo ist mir gar nicht aufgefallen weil ich gerade auf mehreren hochzeiten kämpfe aufhören nix reparieren hier wir greifen hier an mehreren fronten und das ist in ordnung auch wenn ich nicht mehr durchblicke da war glaube ich der begabte eiserne ich werde schnell machen naja zwischenzeit wird weiter hinterher produziert also sobald ich truppen verliere wir werden angegriffen sollen ruhig neue nachkommen beschützer sind ziemlich stark die sind alle ziemlich stark naja der hain wir werden angegriffen dort unten beim spähposten ich weiß nicht mehr wo die ist die menge an katapulten ist echt grausam aber wenn wir hier das dann noch einnehmen könnten das wäre ziemlich super der kassiert ordentlich wo sind eigentlich meine helden wo ist er was ist okay er kämpft hier macht doch mal ein paar zum guter plan der heilt sich jetzt gerade extrem hoch super so das teil verliert gerade ordentlich denn macht euch bereit das verliert ordentlich gute idee mehr sektoren mehr kontrolle hier was geile ist wenn wir diesen sektor haben ich weiß gerade wer hier diesen damage macht das machen glaube ich meine skelette frische brise was das war ein harter kampf anscheinend dort unten wird ah shit dort unten wird wieder gekämpft sind durchgebrochen die idioten naja wie sieht's hier aus wo ist sie warum macht sie das noch hier gut gut damit haben wir sie vom rest ihres lages abgeschnitten hervorragend hier brauche ich wieder der außenposten wurde errichtet unsere grenzen haben sich erweitert der andere wird noch nach spawnen zur stelle die macht gerade spielposten warum wird da oh gott hier sind so massenweise ressourcen am rumliegen geil oh schau dir das an alles voll mit ressourcen wir werden angegriffen hm hm Bau abgeschlossen dann gehen wir mal hier weg dann gehen wir mal hier weg ein außenposten hier gut und rennen denen in den rücken da wobei das ein harter kampf werden wird wobei das ein harter kampf werden wird wobei das ein harter kampf werden wird die glaube ich gerade nicht so in der nähe ist da kommt sie erst oh und da kommen die wieder oh ich habe hier noch truppen das ist ein held der light bringer ist ein held das ist ein guter kampf also hier geht es mal ordentlich zur sache abgeschlossen schön aber immer weiter hier produzieren das ist das wichtigste genau immer schön am limit bleiben von den ressourcen und eine gemischte armee hier sind wir durch gut ich bin der kreis schließt sich langsam wir sind an allen na gut hier braucht man nicht viel machen hier haben sie schon verloren haben wir sogar noch irgendwas beschossen können sogar uns nur noch einen turm gönnen genau mach den weg drei helden hatten sie ja ein außenposten mehr sektoren mehr kontrolle einer ist noch nicht fertig ein sektor den außenposten hier gut weg mit denen sehr gut jetzt brauche ich nur noch angst haben vor den hässlichen kreaturen des waldes der außenposten wurde errichtet unsere grenzen haben sich erweitert den garstigen wesen der außenposten wurde errichtet unsere grenzen haben sich erweitert ja wobei wenn der abgegradet wird dann braucht man nicht so viele ähm hier könnten theoretisch welche kommen Tiere meine ich und hier kamen schon mal Tiere einfach upgraden wenn ihr nichts zu tun habt einfach upgraden dadurch kriegen wir ein bisschen mehr Leute hier hin hier nen Turm reinklatschen und da nen Turm dann reinklatschen worum gehts? dort unten gehts grad zur Sache irgendjemand wird angegriffen Tatsache na gut Bau abgeschlossen die wollen kämpfen dann kämpft gebt den Befehl kämpft kämpft und hier wo sind die ganzen Truppen wo sind die da sind noch welche Angriff ähm hier sind noch welche ganz ruhig Angriff während die Armeen sich da durchschnetzeln ja wo bin ich? hier da Bau abgeschlossen Einfach ein paar Zombies mit rein spawnen lassen Kommt immer gut Zombies kommen immer gut Scheiß Katapulte Scheiß Truppen die zu langsam sind Bau abgeschlossen Bau abgeschlossen Toll jetzt sind sie dort Oh Gott sind es viele Katapulte Der Gegner macht ja nur Katapulte Ein Außenpastel Hier? Gut Aber lange nicht mehr Die Gebäude für die Katapulte müssen jetzt so nahe zu kaputt sein Ein paar Truppen zum nachziehen wo sind bestimmt irgendwo noch Truppen rumstehen Der Außenposten wurde errichtet Wir hab ich jetzt auch ein paar mehr Abschaum Echt ey Oh shit der Held kommt Bau abgeschlossen Benötigt er es? Hier irgendwo muss äh die Scherbe sein Ah Da hat er sich zurück verwandelt Sie werden fallen Haben die da ein Sch- Wir werden angegriffen Dein Turm Angrepp Macht euch bereit Dort unten die Tiere Ah die gehen mir so auf den Geist Oh Bau abgeschlossen Wie kann ich zu Diensten sein? Oh endlich Verstanden Wir werden angegriffen Den verstärkten Turm bitte Zerstören Wo werden wir hier angegriffen? Okay Easy Oh hier hab ich ja noch Truppen Sie können gerne mit in die Schlacht ziehen Das ist die Zitadelle Weg mit ihr Ich muss gerne dass die Zombies so lange halten Yes Das ist es Und dann muss ich dann hoch um das letzte Stück zu holen Der Erwahrungslose Der Erwahrungslose Ja? Ja Das ist ein guter Ort Gut Sehr gut Die sind dann weg Wenn meine Basis angegriffen wird dann liegt es Das ist Höchst wahrscheinlich daran Dass da noch Immer Tiere kämpfen Aber zum Glück kommt der verstärkte Turm jetzt wenigstens mit den Tieren zurecht Der Außenposten wurde errichtet Unsere Grenzen haben sich erweitert Gut Dann können wir jetzt auch endlich Oh Da müssen welche arbeiten Tja dann brauche ich jetzt mal Arbeite Bevor die den Trümmerhaufen wegmachen können Kein Wunder dass ich die Kontrolle noch nicht verloren habe Naja dann nutze ich wenigstens die Zeit mal um hier mal ein bisschen zu erkunden Ich hätte in der Schmiede noch meine Truppen ein wenig pushen können Ah ja Oh Oh was haben wir denn hier Eine Schatzkiste Gernens im Eck Na sieh mal einer an Oh Ah Mist den habe ich glaube ich schon Den trage ich selbst Tatsächlich Genau denselben Stab nochmal Schade 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 War gut zu wissen Magier würde sich darüber freuen Und das habe ich auch gerne Den Punkt hier Baut es mal aus bitte Beliefert es Dementsprechend Der Außenposten wurde errichtet Unsere Grenzen haben sich erweitert Wo denn Ach tatsächlich Naja die kommt zu spät Die Tiere gehen mir so auf den Geist Jetzt Hätte ich das gewusst hätte ich zwei Türen mit Bau abgeschlossen Überall hin bauen müssen So jetzt kann ich da auch Leute hinschicken die da aufräumen Los Schlepp die Trümmern Wir müssen dorthin Wir brauchen noch eine Scherbe Beschützt die Elfen Die paar die hier rum stehen Die waren safe hier Das wäre ein großartiges Wetter Hm das dauert ein bisschen So das ist repariert Tja Dann kommen da direkt zwei so Türme hin Und dann sollte an allen Seiten es jetzt immer safe sein Hervorragend Geschafft Gut das wird jetzt eine Weile dauern Wir werden ein bisschen die Zeit vorspulen Ich werde nichts großartig machen Ich habe zwar gesehen da wurden Da wurde einiges an Loot Liegen gelassen von den versorgten Tieren Aber ganz ehrlich Das sind bloß Krallen und so ein Zeug Das brauche ich jetzt nicht zwingend Dementsprechend werden wir uns dann beim nächsten Mal wiedersehen Wenn der Trümmerhaufen beseitigt ist Vielen Dank fürs Zusehen und Ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal